Was geht ab Nakema, Zane ist wieder da und heute mit einem kleinen Info Video. Im letzten Kapitel sagte Zorro ja er müsse noch mehr Power aus Enma herausholen. Bisher sah Enma aber extrem stark aus, immerhin hat Zorro damit kurzum ein komplettes Cliff in 2 geteilt. Doch genau dabei liegt der Fehler. Enma macht was es möchte und saugt seinem Besitzer das Haki aus und dies muss Zorro noch kontrollieren. Laut Tenguyama Hitetsu war der einzige der dies je geschafft hat bisher Oden Kotsuki. Hier in diesem Video möchte ich nun mehr auf eine alte Legende eingehen, an die das Schwert Enma angelehnt ist. Wenn euch solche Legenden interessieren, dann bleibt dran und let's go mit dem Video. Enma ist eines der 21 Königsschwerter und aktuell im Besitz von Lorinor Zorro. Bis vor 20 Jahren befand diese sich noch im Besitz von Oden Kotsuki zusammen mit dem Schwert Amenu Habakiri. In Odens Händen sind beide Schwerter die bis dato bekannten einzigen Schwerter die Kaido Schaden zufügen konnten. Nach Odens Tod ging der Besitz dieses Schwertes über zu Odens Tochter Hiyori Kotsuki, welche es dann später an Zorro übergab. Als ein Meisterstück des legendären Schwertschmieds Shimotsuki Kosaburo ist es eines der 21 Königsschwerter. Es gehört zu den besten Schwertern der Welt, so dass Hiyori es sogar als guten Ersatz für das legendäre Schwert Shuzui hält. Tenguyama Hitetsu hat Enma beschrieben als Schwert welches sogar die Hölle durchschneiden könnte. Eine Fähigkeit des Enmas ist, dass es Rüstungshaki vom Schwerthalter zieht, in großen Mengen und deutlich mehr schneidet als es eigentlich gewollt ist. So wollte Zorro zum Test eigentlich nur einen Baum zerteilen, zerteilte dabei aber ein komplettes Cliff. Hitetsu sagte, wenn Zorro es schafft das Enma in ein schwarzes Schwert zu verwandeln, würde es vermutlich im Rang aufsteigen und ein Drachenschwert werden. Wie zu Anfang erwähnt, denke ich, dass das Enma in Zusammenhang mit einer alten japanischen Legende steht. Und zwar von den beiden Schwertmeistern Masamune und Muramasa. Zwei der berühmtesten Schwertschmiede der Welt. Die Legende erzählt, dass Muramasa seinen Meister Masamune zum Test herausforderte, welcher das bessere Schwert erschaffen würde. Beide strengten sich an und als die Schwerter fertig waren, entschieden sie sich für einen Test. Beide steckten ihre Schwerter in einen Fluss, mit der scharfen Seite entgegen der Strömung gerichtet. Muramasas Schwert, das Yuji Yosamu oder auch 10.000 kalte Nächte zerschnitt alles, was ihm entgegenkam. Fische, Blätter und selbst die Luft. Schwer beeindruckt vom Werke seines Schülers steckte auch Masamune sein Schwert, Yawarakaite oder auch zärtliche Hände in den Fluss. Dieses Schwert zerschnitt nichts anderes als Blätter. Fische schwommen dran vorbei und die Luft blies an der Klinge drumrum. Nach einer Weile lachte Muramasa seinen Meister aus, für seinen fehlenden Skills. Doch Masamune lachte nur, holte sein Schwert und steckte es zurück. Die ganze Zeit machte sich Muramasa darüber lustig, dass dieses Schwert nicht schneiden konnte. Ein Mönch, welcher das ganze Szenario beobachtet hatte, kam zu den beiden und senkte seinen Haupt vor den zwei Schwertschmieden. Er begann mit einer Erklärung. Das erste Schwert ist auf jeden Fall ein gutes Schwert, aber es dürstet nach Blut, es ist ein böses Schwert, da es einfach alles zerschneidet. Es würde wohl selbst Schmetterlinge zerteilen, sowie Köpfe rollen lassen. Das zweite Schwert ist um weitem besser, da es nicht einfach zerschneidet, was unschuldig ist und es nicht verdient hat, zerteilt zu werden. Aktuell ist Enma noch wie Muramasas Schwert. Es ist stark ja, aber es hat seinen eigenen blutdürstigen Willen und zerteilt einfach alles was es möchte und nutzt dabei zu viel Kraft aus. Zoro muss aus diesem Enma ein Schwert machen wie das von Masamune. Ein Schwert, das zwar stark ist, aber nur das zerteilt, was der Schwertkämpfer auch will. Er muss die Kraft Enmas beherrschen lernen. Ich hoffe diese kleine Exkurs in die japanischen Legendenwelt hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like sowie ein Klick auf den Abo-Button freuen, damit ihr auch in Zukunft keine meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao!